Wir waren einmal vier ganz gewöhnliche Teenager, bis wir eines Tages neue Freunde gewannen, die von außerhalb der Stadt kamen. Sie nannten sich Astrodinos. Meine Freunde und ich gründeten den geheimen Astro-Club, wurden Verbündete dieser Dinosaurier aus dem Weltall und unterstützen sie nun in ihrem Kampf gegen Genghis Rex und seine bösen Tyrannosaurier. Die Astrodinos verziehen sich, großer Meistersaurus. Dann los, verfolg sie! Astrodinos! 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 Vielen Dank.